Wer nicht Zuhause ist, kann trotzdem immer auf dem neuesten Stand bleiben, denn Devolo Home Control kann Nachrichten verschicken, auf Wunsch per E-Mail. So kann man sich per E-Mail darüber informieren lassen, wenn die Tür aufgeht, der Wassermelder Wasser entdeckt, die Waschmaschine mit der Wäsche durch ist und vieles andere mehr. Dazu muss man nur einmal unter Nachrichten die eigene E-Mail-Adresse als Empfänger eintragen. Diese Benachrichtigungsfunktion kann dann in Regeln als Aktion eingetragen werden. Wenn, dann eine E-Mail-Nachricht verschicken. Das geht ganz leicht und ist kostenlos.